Willkommen zurück So 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 Okay Aber egal Wir werden das jetzt wirklich Machen hier Sie sind zäh und keinesfalls dumm Wir haben unsere Feinde unterschätzt Sie wurden zu einem Zweck erschaffen Um die Welt der Menschen zu zerstören So Schleicht da jemand umher? Echt sie? So Okay wir probieren es hier Ja es sind ganz schön viele hier So 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 Das war's. er ist zum hauptmann befördert worden wer bist du Geist was willst du von mir ich habe einen Namen doch ich erinnere mich nicht an ihn die schwarze Hand rief mich von jenseits des Nichts und ich folgte dem Ruf okay da rauf einmal ich habe gestern den neuesten Grau getötet den du dir vorstellen kannst nicht das schon wieder wie viele Köpfe hatte dieser denn hat er auch Feuer gespuckt wie der letzte ich habe nie gesagt dass der Feuer gespuckt hat aber du wirst schon sehen vom nächsten den ich töte bringe ich den Kopf mit okay okay zum Glück bist du hier hilf mir was war das willst du das halt einfach schnapp mich los bitte befreie mich oder töte mich mir soll es gleich sein okay okay was hat euch trotteln so lange aufgehalten wir ließen Karagor vom Leib zu schaffen wir mussten noch den Druck austrinken dieses zeug bringt euch noch um du solltest mehr davon trinken dann machst du dir auch weniger sorgen wenn dich ein Karagor verfolgt sache letzte nacht habe ich dieses gruselige biest wieder in den schatten kauern sehen was glaubst du was es will vermutlich etwas zu essen wenn ich sehe wie es unser harter kämpfte hätte es dir immer noch schwer auf den Beinen zu bleiben Sklave warte ich rieche etwas wenn du deine Beine nicht benutzt sollte ich sie dir wohl brechen eine Leiche schleicht hier jemand herum das hier das hier das hier das hier wenn du dir Okay, das wird jetzt passieren. Ja, und das war's mit dir. Ich danke dir. Das hört sich nicht gut an. So. So, was haben wir für Informationen? Okay. So, was haben wir für uns? 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 So. So, was haben wir für uns? 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 Okay. So, was haben wir für uns? 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 Seht uns aber beim nächsten Mal, wenn es hier weiter geht.